Der ist zu hell jetzt. Ja, der ist zu hell. Wenn ich den aber jetzt wieder zurückgebe, dann habe ich wieder da, fehlt mir das Licht wieder. Aber sonst ist es zu hell. Aber wie ist jetzt das Gesicht? Ja, nimmt glaube ich hier auf. Ist das rot? Ist eh noch immer rot. Nur der Teleprompter geht jetzt nicht. Hallo Mensch, was kannst du mir jetzt erzählen über den Schwachsinn hier? Haben wir das Licht jetzt endlich richtig eingestellt? Wer weiß das schon? Keine Sau kennt sich aus. Wir kennen uns mit dem Blitz nicht aus. Wir kennen uns mit dem Leicht nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Kamera einstellen soll. Die Andrea hat keine Ahnung, wie sie die Kamera einstellen soll. Wir wissen noch nicht einmal, wie wir die Verbindung zwischen der Kamera und dem Computer herstellen können. Was machen wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Sie weiß es nicht, ich weiß es nicht. Weiß das überhaupt irgendjemand? Das Kabel hängt hier herein. Das sind ja Zustände wie im alten Rom. Aber das Licht ist vielleicht besser. Das könnte es sein. Bis zum nächsten Mal.